hallo ladies und gentlemen herzlich 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 willkommen hier in meinem chaos wo wir eine weitere show wer weiß denn sowas miteinander haben werden und wir nehmen eltern weil es das letzte mal tatsächlich ja doch glück gebracht hat oder nee gar nicht wahr doch das letzte mal doch wir haben gewonnen und wir wählen heute mal wieder kathrin aus ich wünsche euch damit hoffentlich viel viel spaß raten sehr gerne mit ich bin gespannt was für fragen wir auf der wand sehen werden jetzt gleich in wer weiß denn sowas mussten sie dass in einem glas nuss nougat creme satte 224 gramm zucker sind so meine damen und gern ich freue mich sehr dass sie da sind wir haben zwei wunderbare teams wir schauen jetzt erst mal wie viele menschen welchem team ihr vertrauen ausgesprochen haben unser publikum wurde auch heute wieder gefragt was glauben sie wer gewinnt diese sendung und bitte setzen sie sich auch auf diese seite das team bernhard haben hinter sich gebracht und das team elton jetzt gibt es natürlich auch jetzt geht's los hier ist die wand die zwölf kategorien heute brisant andere länder andere sind wie ticken wir aber clever neuheit tierisch tierisch brisant straßenverkehr total genial und essen und trinken spannend mal wieder andere kategorien und wie immer darf das team die erste kategorie wählen das mehr menschen hinter sich hat welche kategorie also es sind sehr sehr spannende kategorien dabei neuheit finde ich klingt sehr interessant ist natürlich frage meint sie da sind wirklich so eine trend geschichten drin oder irgendwas aus der geschichte wo sie ist irgendwie keine ahnung das telefon wurde neu eingeführt weise so in die sparte gedacht brisant ist bestimmt sowieso klatsch format ich würde jetzt tatsächlich einfach mal neuheit interessiert aber ich würde auf das hier tendieren laut brasilianischen forschern können patienten demnächst beim zahnarzt selber brücken einsetzen b mit strom betäubt werden oder c algen füllungen bekommen also sich selbst im bund glaube ich eher weniger mit strom betäubt aber kriegst du algen so fest ich habe keine ahnung kommen fragen wir das eine sehr schöne frage für das publikum der nehmt den publikum schocker wer glaubt denn die richtigen soll zu kennen ja stehen sie ruhig auf wenn sie da wenn sie es wissen stehen sie auf also können auch mehrere sein zeigen sie sich ruhig mal so wen wollt ihr denn ja wenn wollen wir die auswahl ist hier reduziert du glaubst die richtige antwort zu wissen ich denke ja antwort b müsste richtig darüber habe ich eine doku gesehen aber die frage bleibt ab oder c nur eine antwort ist richtig strom brasilianische forscher von der universität von sao paulo haben etwas entwickelt dass vielen menschen künftig die furcht vom zahnarzt nehmen könnte eine betäubung von zähnen und zahnfleisch nicht mehr durch eine spritze sondern vielmehr mit elektroden die leicht kribbelnden strom ausstoßen schwacher gleichstrom öffnet dabei die biologische variere die das innere des zahnfleisches schützt das aufgetragene betäubungsmittel kann so tief unter die haut einbringen ok wechseln wir das thema bitte zahnarzt ist ein furchtbares thema wie wollen wir denn ins spiel starten was hältst du von was bin ich wir schließen jetzt erstmal das aus ich bin für wie ticken wir was denkst du das ist psychologie wie ticken wir nehmen wir wenn sich laut britischer studie zwei personen bei schwachem licht zehn minuten lang in die augen starren a bekommen sie appetit auf ein steak nehmen sie farben und töne anders wahr oder c nicken sie unwillkürlich ein könnte es bei schwachem licht wäre b ich könnte mir b vorstellen ich schließen wir aus in dem a appetit auf ein steak ihr habt euch da sehr sympathisch auf a geeinigt wir lösen es auch wenn sich zwei personen bei schwachem licht zehn minuten lang in die augen starren dann verändert sich ihr bewusstsein kurzfristig das fanden britische forscher 2015 heraus so berichteten psychisch völlig gesunde menschen bei einem versuch dass sie dieser moment völlig eingesogen hätte einige nahmen farben weniger intensiv und töne lauter beziehungsweise leiser war als üblicherweise andere fühlten sich berauscht verloren jegliches zeitgefühl und hatten teilweise sogar halluzinationen auf b habe ich ja auch getippt aber überlegt mal wie krank also ich also wer von euch würde das machen weil zehn minuten ist halt schon eine unfassbar lange zeit und es ist ja schon komisch jemand irgendwie zwei minuten lang also komplett und vor allen dingen sich komplett gegenüber zu sitzen die wer wahrscheinlich auch nichts gesagt haben das ist irgendwie ja komisch das wird wahrscheinlich ja schon nach drei minuten irgendwie so ein unbehagen in einem auslösen aber vielleicht ist das ja biologisch gesehen auch irgendwie dann ein mechanismus denn genau dieses unbehagen versucht indem er die wahrnehmung verändert irgendwie wegzunehmen das wäre für mich jetzt so der biologische zusammenhang dass das man dem körper irgendwie signalisiert okay du kommst jetzt aus dieser situation nicht raus man empfängt weiter keine signale des anderen weil man nicht miteinander spricht man guckt nur ich weiß ja nicht ob auch lächeln wird wahrscheinlich auch nicht erlaubt gewesen sein also sprich du hast auch keine resonanz keine antwort kein gar nichts bist auch einfach nur fokussiert dass das vielleicht irgendwas ist was dann im kopf irgendwas was dann abläuft und einem sagt okay das ist jetzt irgendwie so eine ganz psychisch seltsame situation dass dann irgendein schalter umgelegt wird und die dann die sinne so verändert dass du durch diesen rausch zustand nicht mehr so auf diese cringe reaktion fokussiert wird ihr könnt ihr befolgen vielleicht vielleicht auch nicht okay gut tierisch 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 warum ist elefantenhaut faltig sie dient zur kühlung b sie speichert hitze um in der kalten nacht zu wärmen oder c sie verhindert dass der elefant lästige insekten spürt warum ist die insekten elefantenhaut faltig also die oberfläche von der haut sieht ja schon ziemlich ledrig aus aber ist ja auch komplett also er hat ja so kleine kleine falten über alles ist ja nicht glatt es ist ja wirklich komplett faltig dient zur kühlung das ding ist ja dass durch diese falten könnte das tatsächlich sein dass ich in den also können die schwitzen ist die frage dann hätte ich gesagt dass vielleicht sich in den falten irgendwie oder es sammelt sich in den falten vielleicht kondenswasser oder auch luftfeuchtigkeit wasser aus der umgebung so dass das ein kühlungseffekt hat andererseits könnte ich mir vorstellen ist das durch die falten vielleicht aber auch so ein bisschen könnt ihr euch jetzt mal entscheiden flächen vergrößerung was auch wieder zur kühlung mit beitragen könnte weil wo ist denn natürlich so jetzt muss man vielleicht auch ein bisschen biologisch gesehen weil mit dem natürlichen lebensraum arbeiten du hast du hast ja elefanten irgendwie viel um wüste drum herum da hast du ja nichts also die können sich nicht aktiv abkühlen das ist vielleicht wirklich was über kondenswasser aber allerdings wüste wäre natürlich auch aspekt hitze sie speichert hitze um in der kalten nacht zu wärmen aber das wäre dann auch strange das glaube ich eher weniger weil wie läuft es dann tagsüber wäre denn doch zu warm oder sie verhindert dass der elefant lästige insekten spürt ich glaube dass es vielleicht eher ein geringeres problem war wenn ich jetzt an so eine steppe irgendwie denke hast du ja jetzt nicht so viele insekten und die haut ist so dick ich glaube ich bin für es lächelt mich irgendwie es lächelt ihn an die falten lächeln die land nein ich würde ich würde ich würde ich würde ich nicht nicht sagen würde ich nicht also c schließen wir schon mal gut dann ich bin ja gespannt ob irgendwas von dem was ich euch vor laber aber auch irgendwie stimmt das auch wirklich 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 stimmt faltig sind sie alle doch in trockenen regionen sind elefanten besonders faltig und das hat einen guten grund elefanten haben keine schweißdrüsen die haut dient als effektives feuchtigkeitsdepot in den tiefen falten bleibt die haut länger vor das wasser verdunstet nur langsam und bietet dem elefanten damit eine lang anhaltende die autos von polizei und feuerwehr haben seit den neunzehnhundertdreißiger jahren blaulicht auf dem dach weil blaues glas billiger war als rotes wie weil blaulicht aus großer höhe nicht mehr zu sehen ist oder c weil der erfinder war c wäre ja auch geil c vielleicht ja allgemein vielleicht nicht für unwahrscheinlich welche vielleicht das ist ja generell albern fällt dir zu b was ein ich habe das noch nie gehört okay wir nehmen das publikum wir nehmen das publikum wer glaubt ihr helfen zu können wer es glaubt zu wissen steht mal bitte kurz auf es können auch mehrere sein so wie nehmen wir wo jetzt nicht wieder den bug dass sie niemanden auswählen hallo ihr müsst jemanden auswählen freunde wo das hatten wir in der allerersten show hatten wir diesen bug schon mal nein sie entscheidend sich nicht wir hatten in der allerersten show diesen bug schon mal freude wir müssen die show jetzt abbrechen auch verdammte axt aber wir können die show ja weitermachen glaube ich hoffe ich wir sehen uns gleich noch mal wieder ich hallo hallo so ich sag schon mal herzlich willkommen zurück meine liebe wir werden jetzt gleich in die mediathek gehen und diese show noch mal laden wenn es uns jetzt ich begrüße dich bei wer weiß denn so ja korrekt 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 also wir hatten show herzlich willkommen im archiv wenn du eine show unterbrochen hast dann kannst du sie von wähle dein team genau ich wähle natürlich team elton und wir hatten die katrin in diesem sinne setzen wir diese show hoffentlich fort und ich hoffe natürlich dass dieser pack nicht noch mal auftritt das ist ein bisschen blade also gucken wir eigentlich müssen wir jetzt bei der auswahl von hoheka und seiner quizpartnerin sein wie geht's weiter was hältst du von total genial ja da sind wir uns auch einig wir nehmen total genial was hilft gegen eingetrocknete rotweinflecken in der kleidung a glasreiniger wie zahnpastaschaum oder c gemahlene walnüsse rot was sagst du zu a in der kleidung das klingt für mich total schlüssig eventuell b das glaube ich nicht wir nehmen also sie haben eine komplett andere frage gewählt hier ist die richtige antwort ein rotweinfleck ist hartnäckig besonders wenn er schon eingetrocknet ist durch eine kombination von lösungsmittel und tensiden kann jetzt glasreiniger und das kleidungsstück anschließend in der maschine waschen der farbstoff kann sich so komplett aus dem stoff lösen ja und wir werden jetzt clever weil ich bock auf diese frage habe ja wie lässt sich aus einer zitrone auf einfache weise mehr saft herauspressen a in alufolie wickeln b in dünne scheiben schneiden oder c in heißes wasser legen und natürlich ist diese auswahlmöglichkeit nicht dabei auf einfachste weise mehr saft herauspressen das heißt ja was heißt mehr saft ich glaube hier müssen wir auch wieder biologisch querstrich physikalisch denken zitrone ist ja ein obst was aus zellen besteht und zwar pflanzenzellen und in pflanzenzellen hast du ja einen sehr sehr hohen wasseranteil der in einem speziellen organ der pflanzenzelle drin ist der vakuum ohne das heißt das heißt also was könnte jetzt die effekte seien in alufolie wickeln in alufolie wickeln dann trocknet sie nicht so aus vielleicht also ist ja die frage ist das also ist sich jetzt nicht welchen effekt das hat jetzt mal entscheiden in dünne scheiben schneiden wäre eine möglichkeit weil du dadurch mehr zellen wahrscheinlich anschneidest und die möglichkeit hast dass du auch so das grobere ich jetzt jetzt mal fruchtfleisch mit verflüssigst in heißes wasser legen in heißes wasser legen klingt aber auch nicht schlecht ist doch blödsinn ich würde ziehen ja ich überlege gerade was könnte heißes wasser machen in heißes wasser legen das kann natürlich auch sein wie jetzt heißes wasser okay ja also wir locken sie ein so hier kommt die richtige lösung um mehr saft aus einer zentralen zu pressen muss man sie nur etwas erwärmen dazu legt man die zitrone am besten in eine schale mit heißem aber nicht mehr kochendem wasser und wartet etwa eine minute beim erhitzen werden die membranen der zitrone geschwächt die den saft im fruchtfleisch der zitrone halten wenn sich die schale der zitrone warm anfühlt die frucht herausnehmen und wie gewohnt pressen weil ach so ja ich habe nicht zu ende gedacht ach krank aber der unterschied war das schon deutlich 1500 euro auf eurem konto danke elton weiter geht's was hältst du von was bin ich eher nicht essen und trinken klingt doch interessant wenn wir essen und trinken nehmen ist da drüben die stimmung im keller essen und trinken bitte womit lässt sich eine unangenehme knoblauch fahne reduzieren a stück rot nach dem essen b glas milch beim essen oder c schluck rotwein vor dem es vielleicht lassen wir vielleicht legen wir erst mal zurück denken später glaube ich auch nicht was ein jetzt müssen wir wissen dass den geruch macht milch über fett wir loggen bei nur eine damen und herren wir lösen es auf es führt kein weg das ist auch eine gewisse schärfe die knoblauch mit hat verantwortlich für den mundgeruch sind schwefel verbindungen im knoblauch die sich neben magen und lunge auch in den mund schleimhäuschen festsetzen die verbindungen sind allerdings fettlöslich und auch wenn ich der komplette knoblauch geruch eliminiert werden kann lässt sich die fahne zumindest reduzieren wissenschaftlern der universität ohio zufolge gelingt dies am besten wenn zum essen ein glas fetthaltiger milch getrunken wird jetzt die kategorie für euch ja ich werde jetzt mal was bin ich nehmen doch 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 die viel lieben sind verbotene doping medikamente wie sommer sprossen oder c griechische insel die viel lieben e viel lieben also es hört sich entschuldigung ja ich musste gerade niesen jetzt ist bei der dasein wird ich zugeschwollen also e viel lieben hört sich von nennen also phonetisch hört sich dieses wort nicht so an als wäre es ein medikament das passt von der medikamenten benennungs nomenklatur nicht sommersprosse jetzt ist die frage ephilide hört sich jetzt auch nicht unbedingt lateinisch an könnte das griechisch sein dann würde es ja zu griechische insel passen nehmen wir die griechischen inseln ich würde zähl mal ausschließen warum also behalte ich für komplett ausgeschlossen ich bin irgendwie für ab jetzt bin ich verwirrt das ding ist mir fällt halt also doch gelogen wäre wenn ich jetzt sagen mir fällt kein doping mittel ein ich habe nämlich wie gesagt ich habe dieses spray jetzt gestern als notfallspray von meinem arzt bekommen und habe kurz überflogen in den beipackzettel und da stand drin dass bei einem doping test natürlich der test positiv ausfallen kann aber ich bin für griechische insel auch wenn es vielleicht schief läuft und die uns gleich hinten mit der keule droht aber wir nehmen einfach mal c wir nehmen sie gucken wir doch mal auf die richtige antwort ephiliden sind durch sonneneinstrahlung auftretende pigmentflecken auf der haut die sich in den sonnenarmen monaten wieder zurückbilden vor allem bei blonden und rothaarigen menschen sind sie meist im gesicht auf den armen auf den schultern und am hals ausschnitt zu sehen ephiliden sind also nichts anderes als sommersprossen ach verdammt ich habe versucht in diesem spiel ein bingo es bleibt bei 1500 zu kriegen und habe es nicht geschafft weil wir genau diese antwort jetzt versammelt haben ihr habt jetzt ja ein bisschen zeit euch die nächste kategorie auszusuchen nehmen wir andere länder andere sitten bitte worauf wird in timpu der hauptstadt von bhutan nach einem erfolglosen test vor jahren gänzlich verzichten zebras streifen b geschwindigkeitsbegrenzung oder c ampel wie findest du c hauptstadt von bhutan persönlich gefühlt sich bei den ampeln wäre b eine ampel vielleicht geschwindigkeitsbegrenzung fahren die da eh immer so langsam oder fahren die die ganze zeit also meine antwort ist c alles klar wir haben c eingeloggt ja wer weiß könnte alles sein klingt spannend ist es auch tippo ist die hauptstadt des himalaya königreichs bhutan und liegt mit ihren 90.000 einwohnern idyllisch am fluss wang chu wie in allen städten gibt es dort häuser straßen und autos aber keine auch nur eine sache findet man in timpu nicht ampeln stattdessen zeigen verkehrspolizisten mit weißen handschuhen den weg auf den kreuzungen an vor jahren haben dort einmal festweise ampeln gestanden doch das war den bewohnern viel zu unpersönlich ach süß irgendwie ist das ja süß also 500 Euro haben wir draufgefahren wir haben mal hier fahren ja alles gut wir unpersönliche Leute wir haben noch vier Kategorien und eine nächste für euch tja also ich hatte ihr seht es ja schon ich habe versucht einfach mal ein Bingo hinzukriegen es hat natürlich nicht geklappt was nehmen wir jetzt brisant straßenverkehr arktis mode ehe alles schwierig ich bin beauty und fashion speziell na dann nehmen wir das doch als der mini rock in den 1960er jahren erfunden wurde a musste das britische steuersystem geändert werden b präsentierte ein mann das aller erste modell oder c wurde die queen bei einer modenschau oh das würde voll zu der queen passen dass sie so sagt oh my dear ähm und ähm it's not not i'm not amused ja die queen äh sehr spezielle frau aber irgendwie ja bei jedem weiß also dass es im englischen königshaus nicht passiert äh gefreut hat könnte ich mir könnte ich mir vorstellen aber ich kann mir die queen auch nicht in den mini rocken wobei hatte ich auch irgendwie so kurz und zwar über so dicken dicken strumpf ach nee gar nicht wahr die haben immer so wie politiker so ein bleistift rock der bis zur knie geht oder aber ich weiß es gar nicht ist ja die frage wie lang war der mini rock in den 60er ist das tatsächlich auch so wie wir jetzt den mini rock verstehen weil das kann ja auch immer noch verschiedene längen haben äh musste das britische steuersystem geändert werden warum warum hat das könnt ihr euch jetzt mal entscheiden mit dem steuersystem zu tun präsentierte ein mann das allererste modell ist halt die frage wie ist das mit präsentieren gemeint präsentieren mit er hat es an so fashion show mäßig das ist ja dazu derzeit definitiv noch nicht der fall gewesen wurde die queen es kann natürlich auch aber wurde es direkt für frauen erfunden oder war es etwas für männer wurde die queen bei einer modenschau ohnmächtig ich bin für die queen ich bin einfach diesmal bin ich mir sehr sehr sicher das ist c von diesem bild in meinem kopf dass die queen einfach irgendwie da jemand mit so ganz kurz sieht und dann einfach komplett vom glauben abfällt also ich würde tatsächlich also ich weiß ich weiß nicht ich finde alles richtig ich finde das super interessant wenn es direkt von der fashion show zusammenbricht wir sind sie wir werden das sofort überprüfen sorry von einem mädchen im kurzen ballettrock inspiriert erfand mary quant anfang der 60er jahre den mini rock ein skandalös kurzes kleidungsstück für die damalige zeit tatsächlich war der mini so kurz dass er in die kategorie kinderbekleidung fiel was denn die englische mehrwertsteuer für kleidung wurde nach länge des kleidungsstücks bemessen das wurde umgehend geändert damit die kleidungsindustrie nicht weniger steuern zeigte nach länge des kleidungsstücks so es bleibt bei 1500 euro was drei kategorien haben wir noch durch die länge des stoffs habe ich mich aber auch schon öfter gefragt arktis vielleicht entscheid du mal wir nehmen arktis ob ein eisberg tief blau schimmert hängt für gewöhnlich damit zusammen a wie groß er ist b wie die temperatur im inneren ist oder c wie viele luftblasen er hat das ist eine lichtbrechung glaube ich hm c vielleicht ja ich würde auch sagen es ist irgendwas ich tippe am ehesten auf das c lichtbrechungseffekt das wäre zu einfach ich nehme c ok wir haben c eingeloggt hier ist die lösung üblicherweise leuchten eisberge milchig weiß denn die einfallenden lichtstrahlen werden im inneren in viele richtungen gestreut und vermischt der grund sind die vielen eingeschlossenen luftbläschen bei der entstehung von blauen eisbergen werden jedoch nur wenige luftbläschen eingeschlossen das eis ist also sehr kompakt sodass hier das licht anders gebrochen wird weil rotes orangenes gelbes und grünes licht im inneren dieser eisberge absorbiert wird schimmern sie blau 500 euro oben drauf 2000 euro für euch auf dem konto eine frage noch für beide teams so und jetzt ehe wir uns die letzte fragenkategorie auswählen nochmal kurz zurück zu dieser klamottenfrage das ist tatsächlich etwas was ich mir vor kurzem auch schon mal gestellt habe es ist ja eigentlich krass dass eine hose wenn du so einen laden gehst also ein hosenmodell einen identischen preis hat egal welche größe es ist weil so jetzt nehme ich der gedanke ich zum beispiel ich bin ja sehr sehr groß ich bin 1,82 m und brauche immer grundsätzlich überlängen die es jetzt mittlerweile bei einigen läden so tatsächlich auch gibt aber größtenteils gucke ich da im internet die haben dann meistens wirklich ich nenne das jetzt tall größen und da ist es dann halt wirklich hosenlänge 36 also irgendwie so das längste was es dann gibt und das reicht bei mir dann auch tatsächlich bis zum boden aber im endeffekt zahle ich dafür oder beziehungsweise zahlt ja jemand der jetzt jetzt nur 1,62 m zum beispiel ist bei dem wäre dann irgendwie so viel unten an material noch mehr es gibt ja dann eigentlich mehr geld aus für die hose als ich also für den großen stoff so weißt du überlegt das wäre jetzt auch noch eine kranke idee wenn die leute dann darauf kommen und sagen von wegen naja eigentlich müssten die überlängen hosen dann teurer sein was ja noch nicht der fall ist wobei dann wäre auch wieder die nächste frage jetzt war doch kurz weiter gedacht ob dann wieder in den sozialen netzwerken irgendwie sowas mit ja weiß ich nicht bodyshaming ausgelöst wird von wegen hier die großen leute werden keine ahnung ausgegrenzt wir leben in crazy zeiten unter crazy welt und ich sag lieber noch nichts aber ich würde auf das wir nehmen jetzt mal das thema ich habe so ein bisschen angst ich würde ja so klatsch und ratsch was wollte was wollte angela merkel werden als sie noch ein kind war a eiskunstläuferin b sterneköchin oder c astronautin also sie ist ja physikerin und das ist auch was sollen ja viele halten was sie wollen aber ich finde ich ja in der aktuellen politischen situation finde ich ja macht sie auch die ein oder andere falsche entscheidung aber ich bin trotzdem auch sehr 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 traurig wenn sie dann ihre amtzeit beendet ich glaube was diese frau einfach in ihrer amtszeit für gigantische probleme stemmen musste ich bin unfassbar froh dass sie an unserer führungsspitze war ich glaube mit einem mann an der führungsspitze wären doch so manche brenzligen situationen deutlich anders ausgegangen ich sage da einfach nur trump zum beispiel ich meine was hat diese frau alles mitgemacht das war von flüchtlingskrise über irgendwelche könnt ihr euch jetzt mal entscheiden wirtschaftsprobleme jetzt noch eine pandemie mit drin in der amtszeit also ich glaube diese frau hat gefühlt irgendwie die größten probleme mitgenommen die man hätte haben können und sie ist ja naturwissenschaftlerin und das feiere ich auch sehr du merkst halt dass sie wissen also als wissenschaftlerin an der spitze das merkst du auch in vielen arten wie sie an probleme herangeht was ich sehr gut finde ich bin aber der meinung mal gehört zu haben dass sie ursprünglich mal eiskunstläuferin werden wollte ich weiß das kann man sich jetzt überhaupt nicht vorstellen wenn hier die dame mit der raute denn irgendwie raute machen auf dem eis steht sterneköche nie glaube ich nicht astronautin wäre dann noch was was in die engere wahl kommen würde das glaube ich nicht ja man kann sich sehr schwer vorstellen ich würde sagen b also c stimmt schon mal auf gar keinen fall ich bin also als sie ein kind war du darfst ja nicht vergessen so ne was wolltet ihr denn zum beispiel werden als ihr klein wart ich weiß noch bei mir oh was habe ich denn so in die posieralben reingeschrieben ähm also mein aller 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 erster berufswunsch war damals zeichnerin ich habe schon von klein auf sehr gerne gezeichnet es war sehr lange irgendwie was so im künstlerischen bereich dann habe ich aber sehr schnell festgestellt dass man mit kunst eigentlich nur sehr sehr schwer sein geld verdienen kann dann kurzzeitig in der sechsten klasse war ich mal so richtung naturschützerin aber war ging dann schon sehr die richtung naturwissenschaften und habe mich dann sehr sehr schnell ab der oberschule entschieden er soll irgendwo in die wissenschaft gehen naturwissenschaft auf jeden fall es war dann auch immer wieder die naturwissenschaft ähm die dann so aufploppte wissenschaftlerin das war tatsächlich so wo ich dann letztendlich auch entschieden habe die wissenschaft kannst du nicht im keller ausüben aber die kunst so und so eiskunstläuferin prinzessin auf dem eis ist tatsächlich so ein mädchentraum ja wir nehmen a hier ist die antwort und zwar die richtige bundeskanzlerin angela merkel sagte einst früher wollte ich immer dinge tun die ich nicht konnte also eiskunstlaufen den in der ddr üblichen sportlichen sichtungsverfahren fiel sie in allen sportarten durch als kind empfand sie dies als sehr schade und schon damals die hätte so in einem interview aus dem jahr 2004 sagte sie dass sie früher gerne eiskunstläuferin werden wollte das habe ich mal gelesen und das habe ihnen gerade besonders wenig gelegen das bild dazu ja war richtige antwort das heißt 2000 euro aber ist gewesen also angie ist im ersten auch eine prozessin straßenverkehr die autos von polizei und feuerwehr haben seit den 1930er jahren blaulicht auf dem dach a weil blaues glas billiger war als rotes b weil blaulicht aus großer höhe nicht mehr zu sehen ist oder c weil der erfinder rot-grün blind war wie stehst du zu a wir schließen jetzt erstmal das a aus wäre b möglich b schließen wir aus sagt dir c etwas also wenn ich raten würde würde ich c raten weil das war mein erstes gefühl wir nehmen c also wir loggen c ein und hier ist die lösung 1938 wurde ein einheitliches warnzeichen für polizei und feuerwehr eingeführt die farbe kobaltblau blau hat die höchste streuung in der atmosphäre nur bis zu 300 meter weit sichtbar rot und weiß hingegen sind noch aus einer höhe von zwei kilometern zu sehen das blau diente tatsächlich der tarnung und war für feindliche flugzeuge in großen höhen nicht mehr sichtbar also nichts mit rot okay okay es bleibt erstmal bei 2000 euro das die schlechte nachricht für den moment also wir schauen mal ganz kurz auf den kontostand gleichstand das team bernhardt ihr seid bei 2000 euro das team elton 2000 euro auf eurem konto wir kommen zum großen finale wir nennen euch zuerst die kategorie dann müsst ihr setzen dann kommt die frage ihr habt 20 sekunden zeit zu antworten und dann lösen also bei gleichstand seid ihr bereit für das große finale können wir jetzt auch ein bisschen die kategorie aus der heute unsere masterfrage kommt ist geografie also ich bitte euch jetzt euren einsatz zu tätigen können wir vielleicht auch ein bisschen mehr setzen weil entweder wir gewinnen oder wir verlieren und betrag ist gesetzt einfache logik dann kommen wir jetzt zur entscheidung hier ist die masterfrage welches dieser länder grenzt nicht an österreich a slowenien b kroatien oder c die slowakei die zeit läuft jetzt a slowenien kroatien kroatien grenzt nicht an österreich oh mann österreich ich weiß es gibt auch österreichische zuschauer unter euch es tut mir sonst mal leid wenn ich das jetzt nicht weiß ich weiß es einfach nicht ich war noch nie in österreich auch noch nie in slowenien kroatien oder das ist aber geil wir schauen was die teams gesetzt haben das ist meine größte erdkunde lücke ja es tut mir leid das team elton es ist kein Bild in meinem Kopf so wir schauen mal was ihr getippt habt das team bernhard hat sich entschieden für antwort b das team elton hat getippt auf antwort b schaue wir auf die auflösung jetzt kommen wir zur richtigen antwort österreich grenzt an acht nachbarländer machen wir es kurz österreich grenzt nicht an kroatien ich hab's gewusst aber wir haben verloren aber ich hab's gewusst aber ich hab's gewusst es war fügung einfach fügung was 100 euro für zuschauer ja oh schau 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 schau